moin moin leute hier ist wie euer blaze mit einem kleinen tipp oder tutorial guide wie auch immer hier findet ihr ja schilett ja den boss den könnt ihr ein paar mal fangen dann kriegt ihr den xp bonus aber eigentlich handelt sich das video um roh quarts ich werde hier keine base hin bauen hier ist einmal roh quarts und einmal da hinten ich würde jetzt nicht extra hinlaufen da hinten bei den chillets da hinten mal die karte auf hier oben alles seht hier oben haben wir den import beschwerlicher bergfahrt und dann könnt ihr einfach hingehen wiegt halt nicht so viel ich habe aber schon viele in taschen das hier abbauen das abbauen wieder zurück ihr braucht ja auch nicht so viel davon ansonsten ist hier hinten definitiv definitiv auch noch was aber ich hoffe ihr kommt damit eigentlich auch endlich wunderbar aus ja ich hoffe ich konnte euch helfen und das mal ein daumen ein abo da und ein daumen oben und bis dann euer blaze ciao ciao